Wenn wir hier bei Finanzus über das Thema sprechen, wie es denn am sinnvollsten ist, sein Geld anzulegen, dann fallen häufig die Begriffe langfristiges passives Investieren mit Buy-and-Hold-Strategie oder passives Investieren in ETFs. Auf jeden Fall eine dieser Begriffe. Aber was steckt genau dahinter und warum ist es so sinnvoll, langfristig passiv zu investieren? Das haben wir in diesem Video für euch vorbereitet. Viel Spaß! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzus und im heutigen Video geht es mal um das passive Buy-and-Hold-Investieren mit Hilfe von ETFs. Passiv klingt als Ausdruck zunächst einmal nicht besonders interessant. Wer ist im Leben denn gerne passiv? Also ich zum Beispiel nicht. Im Arbeitsleben bin ich eher ziemlich aktiv und wenn es im Urlaub geht, bevorzuge ich auch eher einen Urlaub, wo es ein bisschen Action gibt, wo man sich sportlich aktivieren kann, als jetzt rein passiv unterwegs zu sein. Bei der Geldanlage ist das allerdings ganz anders. Um mein eigenes Geld kümmere ich mich höchstens alle zwei bis drei Monate, wo ich mal ins Depot reinschaue und schaue, wie sich die Sparpläne entwickeln und eventuell kleine Anpassungen betreibe. Gerade als langjährige Zuschauer von Finanzfluss könnt ihr euch also vorstellen, dass ich natürlich passiv anlege. Bevor wir damit loslegen, nochmal eine grundlegende Unterscheidung, die wir auch an verschiedenen Stellen schon mal gemacht haben. Passives Investieren und passive Investmentprodukte sind nicht unbedingt dasselbe. Passive Investmentprodukte, wie zum Beispiel ETFs, bilden ja einfach nur einen Index ab. Das bedeutet, sie machen genau das, was ein Index macht. Sie sind also passiv. Trotzdem bedeutet eine Investition in ETFs nicht direkt, dass man auch ein passiver Anleger ist, da man ETFs auch aktiv handeln kann, was überhaupt nicht im Sinne einer passiven Anlagestrategie ist. Aber was ist eine solche passive Anlagestrategie? Schauen wir es uns jetzt direkt an. Passives Investieren erklärt sich am besten, indem man es von seinem Gegenteil, also dem aktiven Investieren, abgrenzt. Beim aktiven Investieren suche ich mir einzelne Wertpapiere heraus, wie zum Beispiel Aktien, und investiere dann aktiv in diese einzelnen Wertpapiere, für die ich vorher meine Recherche betrieben habe und die ich mir herausgesucht habe. Diese Aktivität nennt man auch Stockpicking. Das bedeutet, ich picke mir die einzelnen Aktien heraus. Das passive Investieren hingegen hat einen anderen Ansatz und konzentriert sich nicht auf einzelne Aktien, sondern eher auf Märkte. Beim passiven Investieren geht es darum, dass ich mir ein weltweit gestreutes Portfolio heraussuche, was durch sogenannte Indizes abgebildet wird. Indizes sind Barometer für Märkte. Der DAX ist zum Beispiel ein Index für den deutschen Aktienmarkt. Hieran investieren wir aber nicht passiv, weil das viel zu kurz gegriffen wäre und Deutschland ein im Vergleich zur gesamten Welt viel zu kleines Land ist, sondern wir investieren beim langfristigen Buy-and-Hold-Investieren, beim passiven Investieren global. Und somit kommen wir auch direkt schon zu den Unterschieden zum aktiven Investieren. Das passive Investieren ist maximal diversifiziert. Das bedeutet, wir investieren quasi in so viele Unternehmen wie nur irgend möglich, um kein unternehmensspezifisches Risiko zu haben, sondern von den gesamten Märkten zu profitieren. Die Rendite, die wir beim passiven Investieren erzielen, ist eine Belohnung dafür, dass wir bereit sind, Marktrisiken zu tragen. Das bedeutet, wir sind bereit, in unserem Depot eine gewisse Schwankung zu akzeptieren. Wie hoch diese Schwankung ist, das legen wir selbst fest, indem wir einfach den Anteil, den wir passiv in Wertpapiere investieren, mit einem Tagesgeldkonto mischen und somit unsere Risikomischung individuell festlegen können. Beim aktiven Investieren beziehen wir unsere Rendite dadurch, dass wir denken, dass wir besonders schlau sind und den Markt schlagen können. Aktive Investoren versuchen, mehr rauszuholen, als im Markt möglich ist, indem sie die richtigen Aktien heraussuchen. Was davon zu halten ist, im nächsten Teil. Das passive Investieren lässt sich also so beschreiben, es handelt sich hierbei um eine langfristige Investitionsstrategie mit dem sogenannten Buy-and-Hold-Ansatz. Buy-and-Hold bedeutet einfach, man kauft die Anteile und hält diese auch, anstatt sie wieder zu verkaufen oder gegen andere Investmentprodukte auszutauschen. Diese langfristige Investition passiert auf passiver Basis und mit Hilfe von passiven Produkten, wie z.B. Indexfonds oder ETFs. Ein solches passives Portfolio kann auch schon aus einem einzigen ETF bestehen oder aus mehreren, sagen wir, bis zu maximal 10 ETFs. Wer noch etwas tiefer in die Materie zum Unterschied zwischen aktiven und passiven Investieren eintauchen möchte, dem empfehle ich unser Interview mit dem ETF-Experten Gerd Kommer. Das haben wir euch hier oben verlinkt und in der Videobeschreibung. Kommen wir jetzt einmal zu diesem wichtigen Punkt, was denn die Vorteile vom langfristigen passiven Investieren sind und warum wir von Finanzfonds regelmäßig auf diesem Thema rumreiten, wenn wir Userfragen bekommen oder in unserem FAQ-Format zum Thema, wie soll ich denn mein Geld am besten anlehnen. Der erste Vorteil der langfristigen passiven Buy-and-Hold-Strategie ist, dass du langfristig eine gute Rendite einfahren wirst und aller Voraussicht nach sogar eine bessere Rendite als die aktiven Anleger. Die langfristig zu erwartende Rendite im Aktienmarkt ist positiv und es gibt auch viele Langzeitstudien, die nachgewiesen haben, dass die Investition in Aktien langfristig die rentabelste Anlage ist, verglichen mit allen anderen Anlagen, die es so gibt, zum Beispiel Immobilien, Rohstoffe oder Anleihen. Darüber hinaus gibt es auch viele Forschungen, die nachgewiesen haben, dass passive Anleger auf lange Sicht eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, aktive Anleger zu schlagen. Es gibt zwar jedes Jahr Menschen, die es schaffen, besser als der Markt zu rentieren, dazu zählen natürlich auch einige Fondsmanager. Das Problem an dieser Sache ist nur, dass wir nicht wissen, wer das ist, dass wir also nicht von vornherein sagen können, wir werden auf diese und jene Person setzen, da diejenigen, die den Markt schlagen, von Jahr zu Jahr wechseln. Das bedeutet, vergangene Performance sagt nichts über die Zukunft aus. Wir können jetzt nicht einfach in einen Vorinvestieren, der in der Vergangenheit gut rentiert hat, weil das nichts darüber aussagt, ob er auch in Zukunft gut rentieren wird. Zu diesem Thema gibt es zahlreiche Beispiele. Vorteil Nummer zwei ist die maximale Diversifikation bzw. Streuung deiner Geldanlage. Wenn du zum Beispiel in einen ETF auf den MSCI World Index investierst, dann bist du direkt mit deinem ersten Anteil am ETF an über 1600 Firmen beteiligt und das in 23 Industrieländern. Was die Investitionen angeht, leben wir wirklich in einer super interessanten Zeit, da diese Größenordnungen mit einer einzigen Investition in tausende Firmen zu investieren, bisher nicht erreichbar waren. Das war in der Vergangenheit tatsächlich nicht so einfach möglich gewesen, so extrem breit zu diversifizieren. In der Wissenschaft gab es zwar immer schon Konzepte, die von einem sogenannten Marktportfolio gesprochen haben. Dieses war aber immer extrem kostspielig bzw. teilweise sogar unmöglich umzusetzen. Heutzutage ist es aber möglich, quasi den gesamten Weltmarkt, also die gesamte Weltwirtschaft mit sehr geringen Beiträgen zu kaufen. Von daher zweiter Vorteil, maximale Diversifikation und Streuung, was für dich auch bedeutet Reduktion des Risikos auf ein Minimum. Und damit kommen wir schon zum dritten Vorteil, den ich gerade schon angerissen habe. Passives Investieren ist sehr günstig. Jeden Euro, den wir für Gebühren ausgeben, kann für uns als Anleger nicht arbeiten. Wenn wir 100 Euro investieren möchten, 5 Euro Gebühren bezahlen müssen, dann kommen im Endeffekt nur 95 Euro an, die für uns arbeiten müssen und erst mal dieses Loch, also diese 5%, die wir ja nicht mehr haben, erwirtschaften müssen. Von daher ist es wichtig, die Kosten beim Investieren sehr gering zu halten und das ist beim passiven Investieren in passive Produkte sehr einfach möglich. Wir als Privatanleger haben den Vorteil, dass immer mehr große Finanzanbieter auf den ETF-Markt stürmen und sich dort in einen Preiskampf begeben haben, sodass für uns die Gebühren immer günstiger werden. Günstige ETFs bekommt ihr teilweise sogar schon ab 0,1% eurer Investmentsumme pro Jahr. Das ist natürlich extrem günstig, wenn man das mit vergleichbaren, aktiven Investmentfonds vergleicht, wo die jährlichen Kosten bei um die 2% liegen. Der dritte Vorteil ist eher ein Komfortvorteil, ist für mich aber unglaublich wichtig. Das passive, langfristige Investieren nach der Buy-and-Hold-Strategie ist extrem zeitsparend. Das bedeutet, man muss sich zunächst einmal mit dem Thema auseinandersetzen, sich informieren, was ist denn überhaupt dieses passive Investieren, wie funktioniert das und dann entsprechend sein Portfolio aufbauen und die entsprechenden ETFs kaufen. Aber sobald das einmal gemacht ist, hat man quasi nichts mehr zu tun, außer jeden Monat eine Sparrate zu überweisen oder abbuchen zu lassen. Einmal im Jahr kommt dann ein Rebalancing dazu und schon ist die Geldanlage getan, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sogar besser rentieren wird, also bessere Renditen einfahren wird, als aktiver Anleger, die Tagen, Wochen und Monate darauf verbringen, Aktien zu analysieren, herauszufinden, in welche sie investieren, um dann keine Garantie zu haben, tatsächlich besser zu sein als der Gesamtmarkt. Ich persönlich möchte mich auf meine beruflichen Projekte fokussieren und meine Freizeit auch wirklich für private Aktivitäten nutzen und von daher kommt mir der passive Ansatz super gelegen, indem ich halt einfach nur mein Portfolio aufbaue und danach nichts mehr großartig tun muss. Wenn denn ihr Glauben hat, zu sagen, durch aktives Investieren kann man aber schneller reich werden, dem sei nur gesagt, reich wirst du vermutlich eher dadurch, dass du deine Sparraten monatlich hochschraubst und deutlich mehr verdienst, als dadurch, dass du besonders clevere Investmententscheidungen triffst. Ein Hinweis an dieser Stelle, dieser Vorteil, der für mich definitiv ein Vorteil ist, trifft natürlich nicht auf diejenigen zu, denen es Spaß macht, Aktien zu analysieren, die sich wirklich in das Thema tief reinknien möchten und sich aktiv mit der Thematik auseinandersetzen wollen. In diesem Fall ist es natürlich nachvollziehbar, dass man sich dann für einen aktiven Ansatz entscheidet. Manche Anleger verfolgen beide Ansätze gleichzeitig, sparen langfristig passiv nach Bayern entholt in ETFs für ihre Rente und haben dann noch ein kleines Spielgeldportfolio, mit dem sie dann aktiv Aktien kaufen, in der Hoffnung auf das große nächste Apple oder das große nächste Amazon zu setzen. Der fünfte unseres Erachtens nach großer Vorteil ist, dass man mit sehr geringen Beiträgen anfangen kann, ein passives Portfolio aufzubauen. Bei der Comdirect zum Beispiel kann man Sparpläne abschließen ab 25 Euro im Monat. Das bedeutet, wenn ihr 25 Euro übrig habt, könnt ihr hier schon anfangen, ein kleines ETF-Portfolio aufzubauen und hier eure ersten Erfahrungen zu sammeln. Natürlich macht es Sinn, auch deutlich mehr zu investieren, wenn ihr größeres Kapital ansammeln möchtet. Der sechste Vorteil ist, dass ihr kein Timing benötigt. Und das ist ein großes Problem, wenn man aktiver Investor ist, beziehungsweise auch dann, wenn man viel die Presse liest. Gerade in den vergangenen Monaten, oder man kann auch schon sagen in den vergangenen Jahren, gab es ja immer wieder Krisenpropheten, die gesagt haben, bald kommt die Krise. Und mittlerweile gibt es auch viele Indikatoren, die so interpretiert werden, dass es bald zu einer Krise kommen wird. Der Vorteil als passiver Investor ist, dass ihr euch hier überhaupt gar keine Gedanken machen müsst und einfach jeden Monat passiv investieren könnt. Denn selbst wenn die Kurse fallen, dann kauft ihr halt einfach günstiger nach und wenn die Kurse steigen, dann wächst der Wert eures Portfolios. Beim passiven Investieren gibt es keinen Timing-Aspekt. Das bedeutet, wir versuchen nicht abzuschätzen, ob es denn jetzt Sinn macht einzusteigen oder ob die Kurse vielleicht schon zu heiß gelaufen sind, also zu teuer, sondern es wird einfach regelmäßig und wie Gerd Kommer es sagt, prognosefrei investiert. Kommen wir zum Fazit von diesem Video. Wir wollten doch mal hier herausstellen, dass das langfristige passive Investieren tatsächlich eine dominante Strategie ist, die wir uns natürlich nicht ausgedacht haben, sondern die wir uns genauso angelesen haben wie die meisten Anleger. Die Informationen dazu findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Da haben wir euch einige interessante Bücher und Artikel zu diesem Thema verlinkt. Wichtig zu verstehen ist auch, was ich eingangs angesprochen habe, dass eine passive Investmentstrategie und passive Investmentprodukte wie ETFs oder Indexfonds nicht zwangsläufig gleichbedeutend sind. Wenn man passiv investiert, nutzt man passive Produkte, aber nur dadurch, dass du ETFs kaufst, bist du noch kein passiver langfristiger Buy-and-Hold-Investor. Ansonsten, wenn du jetzt auch mit dem passiven Investieren loslegen möchtest, findest du unten ebenfalls einen Link, bei dem du kostenlos ein Depot eröffnen kannst und ab 25 Euro monatlich in ETFs sparen kannst. Das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen hoch. Ansonsten, wenn du uns noch nicht abonniert hast, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Finanzprodukte, Geldanlage und Anlagestrategie, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.